man das ist nicht wie es ich habe eine Scheiße das mit der B ich sei Ich glitsche, ich glitsche. Äh. Geh ich grad richtig? Jo. Ach ne, nicht schon wieder, bitte, bitte, bitte. Oh yeah, ich hab eh gedrückt, oh, ich eh dort musste. Oh. Licht. Wo bist du denn jetzt? Wladimir, wie bist du denn hier so schnell reingekommen? Ja, ich muss ja Karl voll. Karl, da liegt ein toter Mensch in uns. Komm. Nee, nix anderes. Ah. Der schießt mich ab. Ach der. Ja, ich bin sehr gut. Oh oh, hier ist noch einer. Äh. 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 Nimm mich. Oh yeah. Den hab ich gewählt. Genau den. Den da. Den da. Ja, den arsch. Jau. Jauer. Äh. Däck. und die Regeln hatte gerade hier gesagt das ist klar es tut mir aber leid Karl wenn du wirklich Kirill heißt Kirill wäre auch ein bisschen logischer als Karl Kirill ups finde das Objekt man sieht hier vor allem viel von Paris wenn man diesen Gebäude hier festcheckt ah nein wir hatten so lange überlebt runter ist da das Objekt aboitima aboitima Prozent Jürgen Kürtel der Becker Tod nach dem Tod haben wir sie müssen bisher ganz durchgespielt ohne zu sterben auch sein einziges Mal das war gerade das ist so gut fange Hilfe ich kann nichts sehen sowas hätte sich MP7 aufnehmen müssen eben oder auch mal wo ist das Fangen Symbol hin kann ich auch machen ich habe keine Ahnung wo wir jetzt hin müssen an an Wieso kann ich mich abschließen müsste ich aber nicht mal schl das ist doch total unlogich finde das Objekt das ist oder auch wahrscheinlich Nein, was hätt ich nicht machen sollen. Jetzt geht's hier aber ab, ne? Sterben, sterben, nochmal sterben. In dieser Reihenfolge. Los. Oh, schon wieder gemessert. Ähm, wir sollten vielleicht auf die Leute achten, die da unten rumgammeln. Und uns messern. Risse dich mit Waffen ausnehmen. Risse dich mit Waffen ausnehmen. Ups, ey. Er fällt gerade ein. Ich renne jetzt zurück und so eine Funkan. Oh, ne, kann ich ja gar nicht, verdammt. Ich nehme mich jetzt die, die ich auch in dem Primärteil habe. Äh. Wer hat's gesehen? Wer hat's gesehen? Oh. Äh, du brennst. Hier ist eindeutig besser für sowas. Alter, hab ich ja auch. Ich muss ja nachladen. Hier lang, ne? Hallo? Gegner? Regen die nahe Arsch. Da vorne habe ich gerade noch einen gesehen. Linke Seite. Wir gehen nach rechts. Ah, die Tür geht einfach so auf. Die andere hat sich irgendwie besser. Ach so, schnell stört man dann. Okay. Oh, mit diesen ganzen Legs ist es voll schwer zu spielen. Jo, jetzt geben wir was nach Paris raus. Wir spielen gerade Funk mit dem einen da. Ja. 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 Von der Polizei erschossen. Versuche Konfrontation zu meiden, wenn ich unbewaffnet bin. Gerne. Das Auto ist gerade runtergefallen. Polizei, vertreibend! Die Merlin, biegelstern! Fortschritt, biegelstern! Darin ruft. Mano. Okay, jetzt aber letzter Versuch. Sonst habe ich keine Lust mehr. Ich bin jetzt hier schon zwei Stunden dran. Ne, keine zwei Stunden. Das Auto ist wieder geflogen. Ich habe mich nicht mehr geflogen. Ich habe mich nicht mehr geflogen. 蘋elt, blieb! Wohne die Feuerwehr! Das geht nicht. verdammt jawohl muss noch da hin Oh, Paris sieht ja sehr schön aus hier. Mit kaputten Autos auf der Straße, wo Leute draufschießen. Wer ist denn MG? Wow. Boom. Nein, der Mörder ist tot. Mitten in Zerbz mit dem Rohr. Da wollen wir uns aufstehen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Komm, Dimo. St. Crossy Wenn wir den hier abschießen Oh, werden hinterher rennen sollen Verdammt Ah, wenigstens sind wir nicht gestorben Ich hab zwar gesagt, letzter Versuch, aber das Spiel festet mich Fessel Ich hätte es auch nachzuladen Ja, jetzt bin ich nicht mehr abgetroffen worden Danke, dass du uns den Weg freiräumst da hinten, du unbekannter Fremder mit du Atombombe aufmulten Nein, nur wieder lag, oh verdammt Alter Okay, wir verprügeln hier im Hintergrund noch immer weiter Das war nur wegen diesem hässlichen Leck Wir rennen einfach weiter am Gegensatz zu Kirill Ich bin getroffen Oh, scheiße Ich wollte cool sein einmal Aua Kein Leck, kein Leck Oh, scheiße, schon wieder leck Ich bin auf der E-Taste Bin auf der E-Taste Nein, verdammt Dadurch, hier kommt er Dadurch, hier kommt er es Ich bin auf der E-Taste Ich bin auf der E-Taste Da ist die Kofferbombe Ach, da ist die Kofferbombe Macht für erst ein Kommen eben Was ist das? Das ist eine Kofferbombe Das ist ein kaltes Schäuble Das ist ein kaltes Schäuble Bestanden Naja, mehr oder weniger erfolgreich Und, äh, ja Ja, Donnerlauf ist die nächste Mission Die mach ich jetzt nicht mehr